Wir versuchen auch immer in unserem Podcast zu betonen, wir sind keine guten Menschen und wir sagen auf gar keinen Fall, Leute macht alles genauso wie wir. Weil dann kommt immer so dieses, du bist Vegetarier und dann sagen die Leute, warum bist du kein Veganer und so weiter und so fort. Also sagen ja Vegetarier? Nein, 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 aber wenn man es jetzt sagen würde. Ich habe auch schon mal drei Monate vegan gelebt, hat mir aber gar nicht gefallen. Oder tatsächlich auch, wenn man Kinder hat, ist ja mittlerweile dann auch der Vorwurf, ja, aber das ist ja das Schlechteste fürs Klima, was du machen kannst. Und irgendwo muss man dann ja auch sagen, ja, aber man möchte ja auch irgendwo durch sein eigenes Leben leben können und verteidigen.